Sag jetzt aber nicht du hast schon Geschenke bekommen. Nein, was ist das sonst? Ich bin so neugierig, lass mich mal schauen. Sind das die Awards, die du vergeben hast? Okay, na wer bekommt denn einen? Legen wir mal los. Die Vera Gander, Produktionsleiterin der Interspot Film und Claudia Grauer, ORF-Redakteurin. Das schauen wir uns aber jetzt an, oder? Okay, los geht's. Ja, Helmi, was machst du da? Was hat denn der Helmi da? Keine Ahnung, sind die für uns? Das hab ich euch mitgebracht. Dankeschön. Ist das wegen deinem Geburtstag? Dankeschön. Ja, unser Helmi ist ja 40 Jahre alt geworden. Ja, alles Gute. Ja, danke Helmi, was wir schon alles miteinander erlebt haben. Zum Beispiel, als du das Maskottchen von der Rad-WM in Innsbruck warst. Hast ganz schön viel zu tun gehabt, gell? Vielen Dank, Helmi. War ja heuer ein besonderes Jahr. Durft mir doch einige Folgen in Gebärdensprache aufnehmen. Und du warst mit dabei. Happy Birthday, lieber Helmi!